Was haben Sie denn im Plenarsaal gerade am Handy gemacht? Nein, ich folge dem Bundestag auf WhatsApp. Ich habe nur das WhatsApp vom Bundestag angeschaut. Da sind oft ganz interessante Dinge drauf. Ich habe natürlich auf WhatsApp geguckt und den Bundestag verfolgt. Nein, ich folge natürlich dem Bundestag auf WhatsApp. Dem Deutschen Bundestag bei WhatsApp gefolgt.